Jetzt Bauer Call. Hallo Freunde, hier ist euer Bauer Call. Um seine Beziehung muss man sich kümmern. Ich mache dir mal ein Beispiel. Jedes Jahr, wenn es immer wieder von vorne losgeht, dann denken wir ja drüber nach, wie müssen wir uns in eine Anhaftung, in eine Bindung zu der Region, zu der anderen Menschen, zu den Behörden und zu den begleitenden Unternehmen auf eine gute Position stellen. Und da ist es seit Jahren für mir eine gute Tradition, den Neujahrsempfang bei Bauer Call so richtig groß auszurichten. Hier ist sie, die Sitzgelegenheit für die 200 Leute, die ich eingeladen habe und dann nicht zu vergessen, das reichhaltige Buffet, damit unsere Gäste merken, wir sparen an nichts unser Buffet und unsere Raumausstattung unter dem Motto, was wir nicht haben, brauchen sie nicht. Weil ich sage euch eins, wir jammern alle auf einem hohen Niveau, wir wollen alle zu viel, Dinge, die gar nicht nötig sind und wir regen uns über Sachen auf. Und das ist mein Motto für 2016. Wir regen uns über Sachen auf, womit andere von Herzen glücklich werden. Hau rin und pisch nicht in, es sei denn, du brauchst das für die Pflegestufe und wenn du Zeit hast, kommst du natürlich hier bei mich zum Neujahrsempfang. Tschüss. Das war unser Held vom Feld. Bauer Calls etwas anderer Wochenrückblick.